Ja, deine Motivation ist eigentlich auf, dir das nicht zu versagen, aber wie gesagt, ich war sehr überrascht hier über dieses Fahrer-Mikrofon. Ja, okay, Frank, ich kippe das Mikrofon nochmal weg, das heißt, Delta Gold 2 nicht, die Alpha Zulu, Zulu drin, die waren nicht immer sehr, oder? Das war noch eine Warnung, also sehr oft, wenn ich auch noch Frequenz bin, dann fallen die über die Gleier, also diese Frequenz werden, wollen Zulu drin, die waren nicht immer sehr, aber ich bin jetzt weg von der Frequenz, ich werde das nicht mehr weiterhören. Frank, ich bin ab noch, ich mach's, tschüss.